so die kaffeefabrik ist gesichert yes so wir gucken auf der karte und ich würde sagen ich hab den schon markiert hier den kontrollpunkt nehmen wir jetzt mit nur er war wieder west genau und danach gehen wir mal rüber haben sie markierung weg gemacht haben sie die noch macht immer da 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 die schatzsuche nehmen wir damit ist das schädel so dann würde ich mal sagen wir fahren und ja wir fahren wir fahren oder sogar fliegen ja fliegen ja ich weiß danke hier stand auch ein auto egal wir rufen einfach auto moment ich bin jetzt ein bisschen desorientiert soll ja auch nicht zu der dame gehen ja habe ich jetzt aber vorgehalten erwarten ich habe ein schönes auto für sie ja manchmal lassen sie mal kommen muss man weg gehen ich soll fahren fliegen dann sind sie dann sind ihre sache fliegen ist ihre sache da habe ich nichts mit zu tun bis dann noch mal letzte war der hat sich in die hose geschickt ich war ich weiß auch letztes über abgestürzt mit dem gegen das weiß ich noch kann ich mich ganz genau daran erinnern ich muss mal gerade gucken wo flugmodus aktiviert ist okay oh der ist aber schnell wo müssen wir denn überhaupt hin das geradeaus 425 meter achte 400 meter das kriegen ja so hin ja ich habe es gemerkt oh gott oh gott oh gott er so mit riem fahren haben sie aber auch schneller ding absolut ja danke das hat sein mit dem fliegen du willst du willst du nicht die 200 meter hier und tötest uns auch ich habe keinen bock das ist mir zu doof hier merken wir sind da leise oder bum bum ja sie haben beim letzten mal gesagt wir machen es leise oder da wollen sie nicht passen sie auf wenn sie durch das gebüsch gehen ja ja dass sie da wieder nicht ich bin ich bin hier mienchen ich habe schon wieder vergessen wie man sie bücken hier ist keine drone oder um ist einer ach genau wie vorhin schon gesehen ich gehe mal andersrum weil ich möchte gerne den alarm ausschalten wie kann ich noch mal das fernglas machen x x ich hätte ja fast einer gesehen ich muss aufpassen dass ich hier nicht in so einem buch verstehst du ja wobei ist eine öffnung ich kann die auf dem dach vielleicht so ja es sind zwei augen dach ja aber ich denke gerade so gut muss aufpassen ich könnte den einen typen hier der hier so rumschwirrt den können die haben das weg es steht nämlich genau mehr aber dann sieht denn dann das ist doch schon genug von euch schlagen sie mal vor wir machen das leise alle alle alarme sind der aktiviert er habe ich gerade gemacht sehr schön gemacht da sucht ihr mal hier runter zu schmeißen ich weiß nicht ob ich das schaffe er versuchen sie mal und in den zweiten wenn eine antwort gesehen ja ich versuche mal was das war ja oder nicht ist doch noch einer das schild das schild warten sie waren sie noch nicht noch nichts noch nichts kaputt machen hier ja warten so waren so waren so wir suchen sie mal den odin da oben ob dem schlüssel hat ja 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 aber der sammelt die ja sachen sofort ein wenn er was hätte ja aber hier der hat ja normalerweise brauchen wir den schlüssel und der ist noch ich habe den schon alles klar ja jetzt haben sie natürlich wieder kacke gemacht wir haben ja naja man kennt sie ja halt was ist ja sie haben das schild angebrannt und ich kann das schild jetzt nicht kaputt machen doch klar mache ich so war das nicht so war das aber nicht geplant das war so nicht geplant noch ein gut unser kontrollpunkt dann kommen sie mal dann können sie mal hier reingehen und können wir ja die klamotten holen die da drin sind ja das schön ich brauche aber deine infos nicht einmal das haben sie schön einmal muss ich da auch noch mal holen dreimal kann ich da mal reinkommen unter ja sie dürfen ja sie haben alles rausgeholt ist gut der gehört auch uns wir haben uns auch überlegt wir werden jetzt wie gesagt da hinten da die schatzsuche machen und dann haben wir vorher ich zeige es euch auf der karte ja wenn wir jetzt mal so ganz links rüber da unten das ist alles gehört glaube ich zum widerstand war das haben wir alle die haben alle schon mal gemacht die holzzeichen meine waffe sagen siehst du ja geht hat mir da sind 3000 meter sie sagen wo die waren sie mal warten so ich muss ich muss ich muss erst mal moment ist hier überhaupt eine flugabwehr da wo wir hin müssen da wo ich doch mal gucken also hier sehe ich nix eigentlich ist alles frei alles frei ja eigentlich schon okay dann machen wir uns mal auf den weg sind sie bereit na und sowas von warum zieht er den hebel nicht das ding hat überhaupt nichts zum fliegen ist ein anderer wagen die sind ein profi was sind sie denn für ein profi das ist unser wagen von gerade wo waren wir denn warte bei monstin und gerade wieder da war doch weg mein gott die hälfte er hat war hat er schon mal studieren so erhöhung dieser wagen stehen da ist doch ein fahrzeug du genommen hast er stand er ist aber nicht er kann nicht fliegen ja wir machen nur scheiße wissen sie hat aber auch im platten kann das sein das kann ja er hat ja auch hinten nicht so ein ding zum fliegen ja richtig repariert ja aber wollen sie jetzt echt die 3000 natürlich nicht gefallen wir zu unseren punkte der ist ja hier vorne der punkt unterwegs und war ein fahrzeug wo soll er sein markieren sie mal im moment moment ich muss auf die karte machen sie denn ich habe gar nichts gemacht sind sie ausgestiegen verbindung zum ost wurde unterbrochen steht hier läuft ja wieder bei ihnen ja ich merke es auch schon es läuft zurück ja ich hole schon mal lang das auto was ist hier los machen das richtig gut was ist hier los leute ich weiß auch nicht was die da wieder macht ich habe aber wir bleiben noch hier ich habe keine ahnung ja natürlich ja oder warte mal ich habe mich in ganz falschen wohl so ja ich habe mich einfach rausgeschmissen was da los ich habe gar keine rausgeschmissen das spiel hat mich rausgeschmissen jetzt lädt er wieder unendlich fliegt über den friedlichen himmel mit diesem umgebauten strand baggie in dem war der sieht doch schon ganz anders aus ich warte mal ja ja ich lade jetzt dauert ein bisschen wieder mal probleme irgendwie dafür stehe ich jetzt aber nicht verstehe es auch nicht naja ihr bleibt aber dabei ganz genau ja nicht nur ich werde älter auch der rechner mit älter ja unglaublich ja man sollte nicht für möglich darauf konsole umsteigen wir haben wir umgebracht wir haben keine umgebracht und dann ist jetzt die karre wo man fliegen kann steuerung anzeigen mit f4 ja da ist der flugmodus ihn kann sie aktivieren und ist ja gleich mal wieder aus er lädt noch ja ja wir waren ja das rädchen dreht sich das rädchen dreht sich auch weiter und weiter und jetzt ist es gleich voll jetzt müsste das stimmt die wir sind schon wieder schweine rum so jetzt kommt jetzt kommt jetzt kommt jetzt bin ich da ein fehler ist aufgetreten ich gehe zum hauptmenü zurück ja geil leute ist doch super war man jetzt ich habe mal eben die beiden schweine das ist gar nicht der dienst ist nicht verfügbar bitte versuche später nochmal okay wir haben das verstanden ja dann würde ich mal sagen okay dann ist die folge ein bisschen kürzer würde ich mal so sagen oder würde ich auch sagen ihr seht selber wir machen weiter wenn es weitergeht so sieht es aus also dann haben wir halt warte mal noch ich konnte schon ein bisschen ich bin jetzt wieder online steht hier ich versuche nochmals der wahnsinn was aber bei den los liegt aber nicht an mir das liegt glaube ich an dem spiel oder so ich habe keine ahnung ich versuche es einfach noch mal leute naja versuchen wir mal dann wird die folge vielleicht auch wieder ein bisschen länger wer weiß man bis wieder ist bis wieder hingeflogen sind das dauert ja dann sowieso wieder ein bisschen jetzt bin ich da wo sind sie denn hier warum stehen sie hinter mir ja dann versuchen wir aber mal ganz schnell los ja richtige fahrzeug kann sein dass du als fahrzeug gar nicht rufen konnte ist mit dem kannst du fliegen so gas aber ich mache es in der sicheren zonen da hier gleich ins hoch geht da da muss auch gas für geben ja ja schon klar ja los hier doch noch nicht immer erst mal den kontrollen müssen auch in die andere richtung bleibt doch locker wir können drehen ist doch kein problem da ja ist das stimmt wenn ich ihnen nacken kurz sehen sie kotzen hier überhaupt nirgends und so müssen wir denn hin ja links 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 um links um sie für sinne ihre eigene markierung nicht wahr ich sehe es gerade aus die tatsächlich geradeaus das soll ihre markierung geradeaus ich sehe die aber nicht nicht im flugmodus mir schlecht hier ist schlecht ganz schön hier rum die richtung richtig ja ja immer geradeaus gehen müssen dahinter über den berg rüber der da ich hoffe ja nicht da muss ein bisschen hören wir sicher einige geschichten über diesen moment ist mir schlecht warum kommt er so was hat hier emission klasse 0 oder ich gehe mal ganz oben ja 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 wir ganz gut leute und ich bin ich auch nicht schon runter kommen wie kann ich denn den flugmodus wieder ausschalten ja mit kuh jetzt nein 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 so jetzt was soll ich drücke waren so weiter fliegen soll da bitte immer noch weiter gucken sie hier und dann müssen wir auch ein nehmen ich kann nicht gucken weil der daun gotti 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 dollar renovdings sie sind auf die straße kann das seien station oder kupiser hat hat das schon jemand erkundet das ist die spionage station der san із das ist ja schön zu wissen wir haben die scharfschützen uns nicht gesehen das gut also da müssen wir jetzt runter drehen sie drehen sich rechts ein damit auf die straße kommen ich bin dabei das wird toll attention im lande anflug rechts rein rechts genau und jetzt runter langsam runter 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 am besten ist runter 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 oh gott wenn sie mal das war cool jetzt einfach vertrauen zu mir ja nicht wirklich aber hast du gesehen wir sind über eine stadt spiel nase stadt ja die werden wir uns auch noch ein verleiben glaube ich ja 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 wie war wie war kennen sie hier die ecke noch nicht die ecke stopp 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 die feiern immer noch mal und stopp wir müssen oben hoch alter ja die feiern noch wie war revolution moment hast du wieder ein trick hier ne da oben ist das geheimnis kommen sie hier oben rauf hier oben zum lesen war voll die party hier hier ist ein zettel zum lesen leute aber gucken ja auch befehl von admiral benitez die haben doch wir haben doch gemessert ne egal dies das kennen wir wohl schon und hier ist dann machen sie machen sie ich mach ja der smaragg mhm java ist archäologischer fund des jahrhunderts schätze wie diese sind unvergleichlich die erlauben sie erlauben uns einen blick in unsere vergangenheit zu werfen und was macht das regimen sie mischen sich ein und legen alles lahm es ist ein verbrechen sie können die vergangenheit nicht zerstören das lasse ich nicht zu die regierung hat angst vor der triade dann werde ich ihnen einen echten grund dafür geben dr half mit so da hinten in 650 metern müssen wir hin fliegen wir da hin ja klar natürlich oder wir fahren je nachdem wir machen immer noch party da ja fahren sie mal da der Fahndel auch Nö ja er hat er hat er hat er hat er hat er hat er ist in der Nähe der Erwärmung ja okay ja ja immer ihr Voli Partie aber er wird er soll ihn das so markieren aber ich glaube es geht schon ich will gesehen würde wie es macht ihr aber ist es nicht fliegen ich sehe es nicht überfahren dass du mir siehst du ist es das hier ist ja genau da müssen wir hier links ist weil ich verstehe müsste ich messer die ma habe ich ja auch messern du nicht mehr und dann kommt sich von den an sich Finale jetzt wenn die alle oh scheiße Prozent hier sind die hinter mich über Verlust und wenn ich diese Flagge hier wo rannte sie in 46 von 50 der cop kills war super nein co-op kills aber warum habe ich denn jetzt cop kills ja weiß ich nicht ja ich weiß es auch nicht man liest immer das was man gerne lesen würde naja was sieht schon schön dass sie hier ist hier lang fahren wollen ich glaube ich glaube wir müssen hier irgendwie links wir fahren sie hier links hoch so zieht es dahinter ich habe einen baum im Busch vor mir hören sie auch jetzt damit schlecht fahren sie hier oben hoch links hoch sie sehen die markierung links aber ich habe die hoffnung das war auch vergessen jetzt davon können sie sich knicken ja so pasiv ja so geil aus gott und gut dann kommt jetzt gesagt ich soll die links hoch da müssen sie doch hat mich gehabt dass das nämlich hier irgendwann nicht mehr hoch geht sondern runter geht natürlich geht hier hoch die hänger bau länger mal steinfest was machen sie gehen ja das ist ja alles sehr schläflich gut dass ich mich schon dabei habe fahren sie denn weiter also noch mal weiter sie müssen um den ging es um denn hier geht es doch nicht rein neuer die deutscher und wir irgendwie so nicht hier kann man wenn er so ein schick hier naja stimmt das immer hier hoch hier geht es lang da ist die höhle man sich kümmer bekommen sie noch her wie hier da ich bin hier da achten scheiße kennen das irgendwoher kommt mir aber sehr bekannt vorher wo sind sie denn ja hier ich habe hier schon sie müssen ja runter hier sind stufen da unten im suchgebiet sind sie auch ich habe hier was gefunden wenn sie mal herkommen dann bleibt ihnen das erhalten wir waren so noch ein toter kommen ja schon wo sind sie denn oben oben oder unten warum komme ich denn jetzt nicht oben rauf in dem suchgebiet aber also ja moment ich bin gleich da komm hoch jetzt müsste ich zu dieser höhle und ja wo sind sie hier oben hier sie müssen auch hier unten rein in die höhle aber hier oben auch scheiße die sind doch falsch man ich habe ihn erschossen wir haben sie denn erschossen davon hier oben ja kommen sie mal hier runter klettern sie mal an der palme darunter da kann ich das ja sehr können sie wird sie haben den erschossen von oben erschossen ihr habt das gesehen ich habe auch das beschädigte fleisch da müssen wir ja dann müssen wir rein dann gehen wir jetzt rein oder mit der nächsten folge ne wir gehen da jetzt mal jetzt mal jetzt mal noch gesagt wenn hier ist was für sie gucken sie mal gehen sie mal weiter und nein wir gehen sie doch heute ja super krabben lassen sie die krabben da ist ding es kannst du doch mal ab das sind deine krabben ne ich geh da nicht rein kommen sie jetzt her wir müssen das lesen das sind krabben das sieht man doch los aber wir lesen wir lesen die nächste folge ist sicher was gut tschüss tschüss